Du warst ein Lord, aber jetzt musst du zum Dieb. Und ich zeige dir wie. Schieß auf mich. Bitte! Du musst schnell sein. So schnell du kannst! Noch schneller! Was machst du denn da mit meinem Mantel? Noch mal. Wann kann ich endlich? Du weißt schon. Steh! Das war alles? Es gibt Gerüchte über einen Dieb. Ich bin ja das Gesetz. Jegliches Gerede über ihn. Kommt damit zu mir. Nur eines hält ihn an der Macht. Das Geld. Und das stehlen wir. Ich will die Schatzkammer überfallen. Arrangiert ein Treffen. Mit all unseren Verbündeten. Das ist unsere Chance. Folgender Plan. Das ist ein Insider-Job. Du bist ein Lord. Freude dich mit dem Sheriff an. Wer denkt, er ist der Dieb? Er ist offensichtlich gut ausgebildet. Und anpassungsfähig. Ihr werdet ihn schon noch erwischen. Unser Plan geht auf. Als sehen wir anbeißt. Ich werde Sie lehren, dass Sie nicht das Volk sind, sondern meine Untertanen. Das ist Selbstmord. Siehst du denn nicht, was du bewirkst? Du inspirierst das Volk. Eintausend Pfund für den Mann, der mir Hund bringt! Wir sind jetzt alle Verdächtige. Wenn sie uns erwischen, sterben wir alle. Wirklich ermunternd. Danke sehr. Du bist nicht länger Robin von Loxley. Du bist Robin Hood.